Stefan Kurth, herzlich willkommen. Gratulation zum Film. Danke. Ich glaube, das war keine einfache Rolle. Nein. Es war ein grosser Bär. Aber ich weiss noch, Sabina hat mich gefragt, ob sie mich in diesem Film sehen würde. Es hat mich sofort sehr interessiert, weil natürlich jemand zu spielen, der bis zum bitteren End geht und dann einen Suizid machte, der einen riesen grossen Weg zurückgelegt, psychisch, physisch. Das hat mich wahnsinnig gereizt. Schon von Anfang an. Hast du diese Geschichte, die sie an den Warenbegebenheiten angelehnt ist, die den Ursprung hat, schon kennengelernt? Nein, ich habe sie nicht kennengelernt. Das war für mich total Neuland. Ich wusste das nicht. Obwohl mein Vater, ein komisches, relativ lustiges, nebenbei, mein Vater hat bei der Zürich Versicherung gearbeitet. In Bern zwar, nicht in Zürich, aber er hat sich dort hoch gearbeitet, vom Prokurist bis zum Viziedirektor. Nein, das wusste ich also nicht. Ich bin eigentlich aus allen Wolken gehalten und habe dann das Material gelesen, das man Sabina hat, zur Verfügung gestellt. Ich war doch sehr erstaunt, dass das in so einer Häufung stattfindet. Ja, also dass der Pierrot ja nicht nur ein Einzelfall ist, sondern dass mehrere Leute, auch in Deutschland, aber das habe ich dann irgendwie nicht so mitbekommen. Das hat mich natürlich sehr interessiert. Und dein Charakter macht ja eigentlich die grössere Entwicklung durch. Währenddessen die Gegenspieler bleibt ja eigentlich sehr lange in der Rolle und selbst bis zum Schluss kann er es nicht wirklich zugeben, dass er zu viel Druck aufgesetzt hat. Mhm. Wobei, das wäre ja fast schon wieder ein einzelner Film, ein eigener Film, wenn man die Figur jetzt von Brockmann noch näher beleuchten würde. Es ist ja auch sehr vielschichtige Figur, eben, wo er, ja, was da dahinter ist. Aber ich glaube, man hätte sich konzentrieren auf eine Figur, wo man mit dieser geht und mit dem vermeintlichen Opfer natürlich. Da kommt man als Zuschauer jetzt erstmal ein bisschen besser hinein in diese ganze Geschichte. Es ist ja schon verrückt, dass es überall immer härter wird und ich glaube, je höher die Position, desto härter wird der Wind, der einem entgegenweht. Beobachtest du das auch? Ja, überall. Ich glaube nicht nur in den Chefetagen, bei den Konzernen. Ich spüre das überall, auch bei mir selber. Natürlich bin ich auch ein Perfektionist. Ich spüre es im Theater, ich spüre es überall. Wenn man in den sozialen Medien schaut, bei Facebook, bei... Überall werden nur die guten Momente gepostet, die schlechten werden weglassen, und... Ja, man... Manchmal ist das Gefühl, man gestattet sich fast keine Fehler mehr in der heutigen Zeit, oder versucht die so wahnsinnig schnell wegzudrücken, dass man so eine gelegte Oberfläche zeigen kann, weil das irgendwie gar nicht in die heutige Zeit hineinpasst. Und dann merke ich schon, dass das Angst noch ist als vor 20 Jahren. Gewisse Angst vor Fehler. Ähm... Nicht zu genügen können, nicht mehr wissen, was man macht. Ähm... Oder die Unmöglichkeit, Fehler zu stehen. Ja... Gerade bei Politikern merken ich das so wahnsinnig. Das ist wahnsinnig schwer, dass mal jemand sagt... Weil natürlich der Druck von den Leuten auch so stark ist. Weil die Leute wollen Antworten haben. Und wenn jemand hersteht und sagt, das Ganze ist so kompliziert, ich habe im Moment keine Antwort. Ich weiss auch nicht, ob ich die Richtung habe. Ich kann im Moment gerade gar nichts sagen. Weder A noch B, noch Ja noch Nein. Und der ist dann natürlich sofort weg vom Fenster als Politiker. Weil die Leute wollen, die einfach antworten können. Und innert null Zeit, wenn die Leute eine Antwort? Innern null Zeit, genau. Was heute möglich ist von der Kommunikation her? Eben, sofort und jetzt. Und es muss einfach sein, es darf nicht kompliziert sein. Es muss eine klare Richtung, wo man weiss, wo man dran ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es sehr schwierig, ja. Du schaffst ja viel auch in Deutschland. Du kennst beide Kulturen, beide Länder. Jetzt treffen hier aber zwei Kulturen aufeinander mit diesen zwei Charakteren, die komplett verschieden sind, aus einer ganz anderen Welt kommen. Wie bist du an das hingegangen? Weil der Brockmann kommt rein, weisst du selbstbewusst, und die Schultern hinten, und die Brust raus. Und du musst ja dann den Gegenpol spielen. Hast du dich irgendwie darauf vorbereitet? Oder haben dir das geübt? Hat es so die Rehearsal gegeben, wie man ja sagt, in Amerika? Wir hatten auch ein Coaching, was wir auch sehr haben geholfen, was ganz toll war. Wir konnten drei, vier Tage ein Coaching haben mit Giles Forman, einem englischen Coach. Das war super, die Vorbereitung auch im Team zusammen. Wir waren auch zusammen, und konnten auch miteinander arbeiten. Das hat sehr gut getan. Aber ich natürlich mit Werner Brockmann und Uli Dukur ist natürlich die Sprache ein grosser Unterschied. Insofern musste ich da gar nicht viel machen. Man kann sich vorstellen, es ist mir eigentlich ähnlich gegangen, als ich nach Deutschland bin, als Schweizer Schauspieler. Man kommt in einen fremden Kulturkreis. Gut, wir kennen ihn als Schweizer. Aber die Mentalität ist anders. Wenn man auf Deutsch redet und auf Hochdeutsch träumt und redet und denkt, ist es ein anderer Tonus, als wenn es in der Mundart ist. Und da fühlen sich die Schweizer zurecht, manchmal sogar eher immer auf einen Schlips zu treten, weil die Deutschen sind so schnell, die sind fix im Kopf, es geht so, und wir Schweizer sind ein bisschen langsamer und kommen manchmal nicht hinterher und fühlen sich immer ein bisschen in die zweite Reihe gesetzt. Und das hat eigentlich geholfen beim Film. Ja, weil der Brockmann ja wirklich sehr offensiv da in diese Szene reinkommt. Mir ist ein Sinn gekommen von Gabriel Rothsteff, die Nummer am Skilift. Die deutschen Touristen und Schweizer, die Einheimischen, oder? Genau. Bei uns geht das ruck, zuck, zack, zack. Ja, ja, genau. Zack, 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 genau. Ja, ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt eine gute Chemie gefunden, zusammen das darzustellen. Hast du das auch gespürt? Ja, doch, auf jeden Fall. Obwohl, wenn ich mit ihm zusammen spiele, wir reden ja beide Deutsch. Das ist so in diesen Kreisen, dass man auch schnell die Sprache wechseln. Alexander Mayer hat sicher auch in London oder in Paris studiert, also er hätte jetzt auch Französisch können oder auf Englisch. Das wäre für ihn kein Problem gewesen. Aber es hilft natürlich schon. Oli und ich, wir kennen uns von früher, also von den Hamburger Zeiten, in den 80er Jahren. Wir kennen uns persönlich schon länger. Und nein, der hat die Chemie schon sehr gut gestimmt. Was denkst du, was sollen die Leute mitnehmen aus dem Film? Was ist deine Hoffnung? Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiss, wenn ich ihn mir anschaue, zieht es mich langsam rein in den Alexander Mayer. Und er berührt mich. Und ich möchte eigentlich sagen, Mensch, hör auf, mach die Augen auf. Was ist das Problem? Das kann doch nicht sein. Und ich merke, wie der Fokus ins Gesicht fällt, wird immer enger, wird immer enger und enger. Ich denke, hey, im Albtraum möchte ich eigentlich zurufen, Mensch, wach auf, hör auf! Oder künd, oder mach irgendetwas anderes, oder bring die Ehe in Ordnung, oder mach irgendetwas, geh wandern, oder was auch immer. Aber ich merke, es geht immer. Ich komme selber in den Strudel rein, bis es nachher zu diesem Suizid kommt. Und das ... Ja, das fasziniert mich. Da schaue ich gerne zu. Oder mit einem grusselnden Eger, wo ich merke, oh Gott, wie tragisch ist, dass so ein Leben immer kleiner werden und auch immer zurückziehen in sich selber. Bis gar nichts mehr da ist. Also keine Emotion mehr möglich ist und kein Fenster mehr nach ausser, das ist alles nur noch Wüste und abgestorben. Hast du noch ein weiteres Filmprojekt am Lauf? Also ich glaube, du bist jetzt in Deutschland auf der Bühne wieder, oder? Morgen habe ich Premiere. Gut. Mit einer Operette. Ja. Ja. Frühlingsstürme heisst die. Das ist eine Operette, die verschollen war. Die ist nur einmal aufgeführt worden. In Berlin. 1933. Äh, ist nachher verboten worden von den Nazis. Und ist seitdem verschollen gewesen. Es hat nur mal Klavierauszug gegeben. Und die komische Oper, und Barry Kosky, der der Intendant ist, hat gesagt, komm, die graben wir raus. Und, äh, ist eine neue Orchesterfassung geschrieben worden. Das Besondere ist eben, dass ein Schauspieler auch eine grosse Rolle darin spielt. Also es sind vier Sänger. Ja. Äh, und ich. Und das ist ein, äh, sehr spannendes Projekt. Sehr untypisch für eine Operette, weil es kommt kein Chor darin vor. Es kommen zwar Tänzerinnen vor und wunderbare Melodien. Richard Tauber hat es dort, dann zumal gesungen. Aber man spürt schon, dass schon die dunklen Wolken vor den Nazis schon im Armarsch sind. Und darum hat die Operette so ganz einen eigenen Ton aus. Ja, ich bin sehr gespannt. Und ein Filmprojekt? Ein Filmprojekt, äh, mache ich einen Tatort, Berliner Tatort, nachher im April und im Mai. Und dann drehen wir wieder in der Schweiz. Mit dem Werner Schweizer zusammen machen wir ein Projekt. Das heisst Flückiger. Ein Kinoprojekt. Da geht es um Kanton Jura. Und, äh, ich weiss gar nicht, ob ich das schon sagen darf, aber, äh, ich spiele an den Bundesrat. Gut. Und er spielte jemand in welcher Zeit? Äh, wann war der Jura-Konflikt? Äh, Jura Liebch. Äh, 70er. Okay. So, die Ecke. Dann hoffe ich, ich sehen wir uns spätestens dann wieder. Hoffe ich auch. Danke vielmals. Messe, danke. 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 ...